Stillgestanden Kadetten! Hauptmann hier! Willkommen zurück zu einer neuen Folge Schnitzel Warrior 2. Äh, und wir haben das letzte Mal die Prüfung des Ranks gemacht. Und jetzt machen wir die Hauptfest. Ja! Boah, in der Familie, da sind wir! Ja, die liegt direkt Geld. Kleingeld. Ich brauch mehr Kleingeld und Unterhaltung. Und für die 1.000. Zeit heute wünsche ich, dass deine Seele ein Schauern hatte. Und auch sowas. Und jetzt war durch Gift, ha? Da kann man was machen, mein Freund. Ich hab' ein bisschen Eis für dich, mein Freund. Komm, stopp dir was rein, mein Freund. Ich hab' ein bisschen Eis für dich, mein Freund. Komm, stopp dir was rein, mein Freund. Oh, das ist nett für dich, okay. Ja, wunderbar. So, alle erledigt. Wunderbar. Ah, doch. Dich haben wir erledigt. Wunderbar. Noch einer. Ja, komm schon! Halt dich zusammen, Mann! Erledigt, Motherfucker! Wo bist du jetzt, ne? Hm? Wo bist du hin, ne? Oh, hat wohl Angst vor mir. Ja, ich hätt' auch Angst vor mir, wenn ich so aussehen würde. Aber wie wär's in deinem bisschen zähnisch denn, die Motherfucker? Jaaa, genau so. Wo kommt ihr jetzt her? Wo kommt ihr jetzt schon wieder her, hein? Na, was bist du jetzt schon wieder? Meine Güte, ist ja mal gut. Ja, und hier können auch gleich mal... So, Party vorbei, oder? So, ich kann hier ein bisschen Spaß einsammeln. Motherfucker! Ich gifle jetzt endlich mein Buch, bitte, danke. War vielleicht unnötig, die Viecher zu töten, aber ich wollte sie tot sehen. Warum? Keine Ahnung, ich bin Lowang. Okay. Dämonen müssen einfach sterben. Ihr habt den ersten Teil nicht gesehen, ihr wisst nicht, was sie gemacht haben. Ja, ja, der erste Teil. Ah, so eine Hassbeziehung, so eine Hassliebe. Aber so eine richtige. Ja, ja, gut, was wollen wir machen? Gut, dann ist das Geld halt da draußen, wo scheiß drauf, verkauft sowieso keine Waffen. Hey, die Motherfucker sind ganz schön fär. Okay, natürlich. Gut, okay, natürlich. Glück findet hier keine Schamani, die Mistviecher wiederbeleben einfach so. Oh, ich habe gar keine entgegen, muss ich sagen. Deswegen gibt es das mal. Die Jungs bitte, dass das jetzt ganz schön einen Schaden macht. Das macht echt ganz schön für die Schaden, wisst ihr das? So, na, was sagst du dazu, motherfucker? Ja, finde ich auch so. Gut, Kamiko ist tot. Wo bist du? Ah, einmal hier runter, okay. Ah, da oben liegt mir schon ein blödes Buch. Komm, gib es mir. Viel zu viele Tagebücher, ich sollte die echt mal lesen, aber irgendwie, damit man ja alle zwei Minuten so ein kack Buch ein. Im Doom Eternal habe ich es noch gerne gelesen, aber hier irgendwie, einfach zu viel. Einfach zu viel. Ja, das ist definitiv so familiar. Hallo. Oh, Scheiße. Es ist Mesu wieder. Ah, du schon wieder, mein Freund. Was willst du jetzt schon wieder? No way. To what do I owe this pleasure? Oh, I didn't come to see you. You washed a pile of demon crap. I'm looking for the Yakuza's big boss. The Oyabu. The Oyabu? Do you really think he'll hang around here with ruffians such as myself? So you know him? Oh, he's quite a fascinating character. What will you do once you've found him? Chop a few pieces off him. I only need one. But with this guy, let's just say it's personal. Oh dear. I don't think he'll stand for that. Everyone has a breaking point. Mamushi Heika certainly did. Nonsense. She would never betray me. Betray him? So, you're... No. It's not possible. There's no point in secrecy any longer. My goodwill attempts have been terminally undermined by my misbegotten offspring. What? What does a god want with a Yakuza boss anyway? I needed something. She needed something. Oh, I remember now. You provided the muscle to keep her in power and she let you violate her daughter. Cute. I wouldn't expect you to understand. Oh no, I get it. Power for sex. Oldest arrangement in the book. And hey, you even got a kid out of the bargain. She is no concern of yours. Well, I hate to break this to you, but daddy's little girl is all grown up and she's not your biggest fan. The feelings of the half-breed are of no consequence to me. I'll kill him. I'll kill him dead. When you're coming back, dad, I don't know when, but we'll have a good time then. Dad, you know we'll have a good time then. Ah, gets me every time. I'm glad you amuse yourself, sir. The rest of the world laughs at you. Why shouldn't you join in? I'll take laughing stock of a rapist any day. It was a business arrangement. You keep digging, buddy. There's a pony down there somewhere. If you've thrown in your lot with my sister, there's nothing I can do for you. She is as duplicitous as she is asinine. Oh, and I'm terribly sorry, but I can't spare any body parts today, Lo Wang. But be sure to come see me after my dear sister hands you out to dry. I do so enjoy a good laugh. I'll be in Mamushi Heika's old office above the laundry. Oof, there goes the neighborhood. Oh, and just so you know, I do take starch in my shirts, but not too much. Makes me itchy. Have a nice day, dickface. I can't believe it, though. I'm three years old. I barely remember them. I've spent three years with mine, and I can't forget a moment. Wait a second. You... I mean, 23? No, wait, that's impossible. The collision was five years ago, and Mesu couldn't have met your mom before. Oh my God. Seriously? You're three years old. I have a three-year-old running around inside my head. Three-year-old half-demon. Oh, how reassuring. Let's go see your auntie. Maybe she'll be able to add some kind of toxic cherry to this shit sundae. Yeah. Klingt nicht schlecht. So, dann gehen wir mal weiter, hätte ich gesagt. Und zwar Amiona. Ich hoffe, ihr wollt mir jetzt nicht an den Kragen, gell? Da wäre ich jetzt nicht so begeistert von. Ah, Guzu, du alte Hackfresse. Also. My bravest warrior. You have returned to me. Could she be a little more smarmy? Shut up. I'm afraid I don't have good news. Frustration is just the universe tickling your belly. I didn't get the hand. You are alive, though. Where there is breath, there is hope. Where there is breath, there are bullshit feel-good platitudes. Have I done something to anger you? No more than anyone else who almost gets me killed. Oh. The Oyoboon gave you trouble, then. Only insofar as he's an immortal demon lord. The Oyoboon is Mezu. So it is. Wait. You knew? That two-faced, conniving little! It was obvious from the way he conducted his affairs. Let's just say it had my brother's... aroma. So why did you... Oh. You were trying to kill me. Figures. Oh, no. I never meant to harm you, my noble champion. Well, you got a funny way of showing it. I was, however, trying to kill her. Her? Your little hitchhiker. Comical. Indeed. And me dying in the process was... A regrettable side effect. I feel absolutely dreadful about it. Oh, you poor thing. But it seems I underestimated you. You chose the path of nonviolence. As did your brother. No matter. I had hoped to keep my conscience clean on this, but desperate times call for violent deaths. Gozu, dear. Yes, mistress. Can you please kill this man for me? Yes, mistress. Oh, there's a good boy. Goodbye, Lo Wang. Do try to stay dead this time. Hey! Wait! I was... Just hang up. When I get out of here, I'm planning on destroying your entire family. I will hold your coat. Hey, ich hab eure Pornos reparier... Äh... Probleme gerichtet, okay? So, was man schwach in denn, eure... Knackersche. Nicht die Waffe, das war die falsche. Wie wär's mit, ob ihr so ein Maschinengewehr habt? Hey, ihr geht mir ganz schön auf den Sack, dem Fitch. Das wusste ich. Ey, wo haben wir die Leid? Okay. Dann gibt's hier halt mal sowas. So, was wird das tun, mein Freund? Wunderbar, so. Kleine, blöde. Wunderbar, so. Wunderbar, so. Wunderbar, so. Wunderbar. Woah. Something ist passiert mit diesem Schwert. Ich weiß, ich fokussiere meinen Chie durch. Halt es raus. Okay, da. Du... Woah! Danke, mein Freund. Du und deine Knie machen ein ziemlich gutes Team. Huh? Nichts. Alter, wir haben ein hohes Schwert. Was kann das Ding? Oh, voll. So stark sieht das jetzt gar nicht aus. Aber wir haben mal die Brandseele. Bang ist der Hexerei. Und... Und zwar brauchen wir, äh, Schaden. Was hat das hier? Dann brauchen wir Feuer. Schaden als Feuer. Seele der Verbrennung. Nee, lass mal. Brandseele. Ja. So, dann lass da mal noch was draufhauen. Brander Speck. Sehr schön. Ja, ein bisschen weniger Schaden als das letzte, aber... Komm, das ist Hujis altes Schwert. Ehe, die lädchen ja noch auf. Finde ich gar nicht schlecht. Ah, okay. Weird. What? Ich dachte, wenn wir aus diesem Raum kommen, wir würden sie teleporten, aber ich kann die Statuen noch nicht so fühlen. Es ist wie, dass etwas mich aufgeladen ist. Huh. Können wir es diese zwei gigantisch, schmerzlichen Towers sein? Hm. Vielleicht. Ich würde sie wahrscheinlich zuerst destroyen. Nur in der Fall. Ja, da wäre ich dabei, aber ich muss ihm kurz in den Kopf schießen, dem Kollegen. So, ein kleines Mist fliegt. Kannst du gleich mal. Du kleiner, hässlicher Motherfucker. Aber ich habe da einen Plan für dich, okay? Komm. Komm, mach mal so. Komm früh jetzt, der Motherfucker. Ja, Alter, komm schon. Okay, den Witz habe ich, glaube ich, bestimmt schon zehnmal gebracht. Ich kann mich noch nicht erinnern. Okay, geschehen den Arsch. Okay, ganz chillen. Chillax, meine Freunde, chillax. Ich habe ein riesiges, hässliches Schwert, okay? Mit dem ich nichts sehen kann, sobald ich auslaufe. Okay, verletzt war durch Gift, das lasse ich mir nicht zweimal sagen, mein Freund. Ja, verdammt, fick dich. Wo ist es denn ich jetzt? So, Rocket Jump. So, sehr schön. Hm, gib mir mal das Buch hier. So, mach da mal auf. Ich habe gesagt, mach da mal auf. Na, na bitte. Gut, dann laden wir den Angriff hier schon mal auf. Latschen hier durch. Und machen ganz kurz den Fight hier noch fertig. Dann wird mein kleiner hier. Okay, kleiner hier, kleiner hier. Okay, komm schon. Motherfucker. Hey, drop something. Oh, it's your blood. Boom, goes the tower. How's the weather now? Sunny skies, we are cleared for takeoff. Let's go storm some demon butts. Hey, those are my people. Everyone's somebody's people. It's their fault, they get in my way. Okay, aber ich hätte gesagt, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Schnitzel Warrior 2. Also, wegtreten. Hauptmann out. Go out. Yeah. Bye.